Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Rebel Rich, der seit dem 6. September 2024 exklusiv bei Netflix läuft. Ein Film, auf den ich mich jetzt, ja ich würde sagen, zwei, vielleicht sogar schon drei Jahre wirklich sehr freue, denn es ist der neue Film von Jeremy Saulnier, dem Regisseur von unter anderem Green Room und Blue Ruin. Ich freue mich aber auch besonders, dass ich diesen Film mit dem Johannes besprechen darf. Hallo Johannes! Hallo! Johannes, ich freue mich nicht nur deswegen, weil du eine unglaublich kompetente und charismatische Person bist, mit dir diesen Podcast zu machen, sondern auch, weil wir, waren es vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, den Netflix-Film The Union besprochen haben. Kannst du dich nicht an den Film erinnern, aber an die Besprechung? Das war also quasi, das war Traumaverarbeitung im Podcast. Das hat mir gut getan, ich konnte dadurch den Film loslassen und mich danach neuem widmen. Das war bei mir ähnlich und The Union, das haben wir festgehalten, ist so ein Film, den haben wir eigentlich wieder vergessen und das stimmt. Also ich kann dir auch wirklich jetzt keine wirklichen Szenen mehr aufsagen von diesem Film, ich kann dir noch sagen, mitgespielt hat, aber es war kein Film, der besonders, wie soll ich sagen, für mich als Verkaufsargument für Netflix-Filme dient. Vielleicht ist es bei Rebel Rich ja ein bisschen anders. Ich habe schon gesagt, ich habe mich jetzt seit einiger Zeit auf den Film gefreut, wegen des Regisseurs. Hast du dich vielleicht auch schon drauf, den Film gefreut? Denn du bist ja ein Star-Wars-Fan und lange Zeit war die Hauptrolle ja besetzt mit John Boyega. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, beziehungsweise jetzt weiß ich es, da du es erwähnt hast, ich hatte den tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm, den Film, bis du, glaube ich, den Trailer geteilt hast und ich dann gesehen habe, oh, Jérémy Solier, das ist aber was, weil Green Room hast du schon angesprochen, ich finde ja auch Wolfsnächte sehr gut im Original, Hold the Dark. Das ist halt so ein Regisseur, der hat so eine, der ist, der hat so eine unerbitteliche Härte. Also das meine ich jetzt gar nicht mit der grafischen Gewalt auch, aber das finde ich, das sind so raue Filme, die so unangenehm sind, aber auf so eine, also auf so eine tolle Weise. Und darauf habe ich mich jetzt hier auch gefreut. Ja, dann möchte ich kurz mal das erklären mit John Boyega. John Boyega sollte die Hauptrolle spielen und sagte dann aber wohl während der Dreharbeiten ab. Ich weiß nicht, warum es war wohl, ich weiß nicht, es sollen familiäre Gründe gewesen sein. Es könnten natürlich auch diese obligatorischen, kreativen Differenzen sein, aber es ist schon ein bisschen seltsam, wenn man während der Dreharbeiten halt Tschüss sagt. Deswegen glaube ich durchaus, dass da vielleicht familiär irgendwas vorgefallen ist. Als Ersatzmann wurde dann ein Mann engagiert, dessen Name mir jetzt schon was sagt. Aaron Pierre, ein britischer Darsteller, den kannte ich zuvor hauptsächlich aus dem Film Old. Und der übernimmt jetzt die Hauptrolle hier. Sagt dir der Name Aaron Pierre irgendwas? Den Namen hätte ich nicht so verordnen können, aber als ich ihn dann gesehen habe, ist er mir auch aufgefallen, ich habe gesagt, irgendwoher kannte ich das Gesicht. Aber das ist bis jetzt, würde ich sagen, kein Schauspieler, der irgendwie jetzt groß auf sich aufmerksam gemacht hat, auch wenn er ja schon einige Serienrollen gespielt hat. Aber vielleicht ändert sich das jetzt, ja. Ja, ich hoffe, aber darauf gehen wir dann gleich ein. Und bevor wir das tun und noch ganz viele andere Sachen besprechen, kannst du unserer Wertenzuhörerschaft eben kurz mal sagen, Rebel Rich, worum geht es und warum vielleicht, kannst du es auch noch beantworten, warum ändert uns der Film auch ein bisschen an den ersten Rambo? Das stimmt natürlich. Genau, wir begleiten Terry. Terry ist ein ehemaliger US Marine. Und während er auf dem Weg ist, die Kaution für seinen Cousin zu hinterlegen, wird er von den Cops angehalten zu Unrecht und die beschlagnahmen das Geld. Und daraus entspinnt sich dann eine Eskalationsspirale, die immer weiter geht, weil natürlich in diesem kleinen US-Cuff nicht, ja, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, das klingt so allgemein, also der Polizeichef hat Dreck am Stecken. Ja, der übrigens gespielt wird von Don Johnson. Und ich finde halt, gerade zu Beginn erinnert der Film schon ein bisschen an Rambo. Ich finde es aber auch echt toll, allein wie der Film anfängt, weil, ich sage es mal so, der Film, der verschwendet wirklich keine Zeit, oder? Nee, überhaupt nicht. Der geht direkt in Medias Res und startet auch mit so einem richtig geilen Power-Metal-Song. Wie man ihn gefühlt lange nicht mehr gehört hat, ich muss sagen, ich fand den Song richtig gut. Und der hat auch eigentlich schon von der Stimmung her, fängt der den Film ganz gut ein, oder? Ja, ich bin ja kein Mettler, muss man ja ganz klar sagen, aber ich fand das schon irgendwie ganz cool, weil der Film fängt so sofort an, also du hast natürlich die obligatorischen Schriften von irgendwelchen Firmen, die den produziert haben, aber ich hatte sofort das Gefühl, okay, es fühlt sich wirklich so an, als ob ich irgendwie zehn Minuten verpasst hätte, weil der so direkt so, also er fährt in seinem Fahrrad und auch das ist schon krass, du hast die Einführung von deiner Hauptfigur und der ist ja, du hast es schon gesagt, jetzt erfahren wir dann später auch ein sehr kampferprobter Mensch, aber er ist über Fahrrad unterwegs und hört Metal. Das sind so Sachen, und das macht der Sony ja gerne, dass er auch mit unseren Erwartungen spielt, also auch bei Blue Ruin, wo er ja dieses Rache-Thema nimmt und uns ganz klar zeigt, Rache ist halt nicht so geil, wie wir uns das vorstellen. Und hier macht er das auch mit unseren Erwartungen zu spielen und das fand ich echt toll, auch weil der Aaron Pierre einfach von Anfang an, der hat einfach eine Ausstrahlung, der Mann in diesem Film, also ich muss ja gerade sagen, ich ist jetzt zum Dahinkniet für mich gewesen, war es bei dir auch so? Ja, muss ich auch sagen, also diese Ausstrahlung, diese Ruhe, gleichzeitig aber auch diese Kontrolle und gleichzeitig auch die Bedrohung, die er ausstrahlt, das ist schon, also es ist schon richtig, richtig gut. Und ich hatte auch schon auf Letterboxd Vergleiche zu Reacher gelesen, der Serie, nicht bitte nicht die Filme mit Tom Cruise, es geht um die Serie mit Alan Richland in der Hauptrolle und die erste Staffel Reacher ist ganz fantastisch und Reacher hat eine ähnliche Ausstrahlung, auch wenn mir die hier noch besser gefallen hat und ich muss auch sagen, ich mag John Boyega wirklich. Aber ich glaube nicht, dass er den so hingekriegt hätte, wie Aaron Pierre es sich hier gemacht hat. Ja, kann ich dir auch nur wirklich, also vollständig recht geben, ich finde auch die erste Staffel Reacher ganz toll, ich mag auch John Boyega, aber ich glaube, Aaron Pierre ist ein Glücksgriff für diesen Film, weil diese Ausstrahlung von dem ist halt 50 Prozent des Films, für mich zumindest, weil er, du merkst halt an, sofort, du brauchst ungefähr 30 Sekunden und du weißt, okay, der kann mehr als er vorgibt, aber der ist sehr kontrolliert und wenn der explodiert, dann muss man aufpassen, aber du weißt doch immer, er wird vermutlich nie explodieren und das ist auch so ein Aspekt bei dem Film, wo ich ganz deutlich merke, das ist Jeremy Saulier, der ganze Film, der strahlt so eine Anspannung aus. Selbst bei ganz perfiden Sachen wie das hier, was ich, Pancakes essen, du merkst immer, irgendwas brodelt da, irgendwas ist nicht richtig platziert, irgendwas ah, und du wartest nur darauf, dass es dann wirklich dann hochkocht, ähnlich halt eben auch bei, ja, Rambo kann man sagen, also vielleicht kann man es gut beschreiben, es ist ein bisschen Reacher Staffel 1 und der erste Rambo, so kann man den Film vielleicht in groben Zügen umreißen, aber trotz allem bleibt der Film jederzeit, selbst beim großen Finale, selbst bei den Actionsequenzen und von denen gibt es gar nicht mal so viele, bleibt der Film sehr bodenständig, sehr geerdet und das fand ich wirklich toll. Wie war es bei dir? Ja, ich habe das Gefühl, Rebel Rich ist fast so ein kleiner Troll-Move, weil gerade, wenn man an Rambo denkt, wenn man an Reacher denkt oder auch an viele Rache-Action-Filme, das ist ja eigentlich, also die Prämisse bietet das ja an, dass dadurch, dass er halt mit den Cops aneinander gerät, passieren Dinge und dann würde theoretisch die Gewalt explodieren, aber das tut sie hier eigentlich gar nicht so sehr, also das ist super, also der unterläuft hier ganz bewusst so Erwartungen nach dem Motto, wir hoffen, dass am Ende er sich eine Shotgun nimmt und das halbe Dorf zusammenschießt und alle korrupten Cops auslöscht und genau das passiert nicht und das ist, also einerseits ist es irgendwie unbefriedigend, für mich als Action-Fan ist das unbefriedigend, für mich aber so als Thriller-Fan oder auch irgendwie so ein bisschen, also Elevated Horror hat sich schon etabliert, Elevated Action oder Thriller noch nicht so sehr, aber ich finde, das ist es, weil das ist unglaublich clever. Total. Ich weiß, die Filme haben nicht viel gemeinsam, aber ich musste manchmal wirklich an David Fincher's Zodiac denken, wo du ja auch immer hoffst, obwohl du es eigentlich besser wissen müsstest, dass der Killer erwischt wird. Und so war es hier auch bei Rebel Rich nur, dass ich irgendwie immer so darauf gehofft habe, spekuliert habe, okay, und jetzt kommt der große Moment, in dem hier Terry wirklich mal zeigt, was er kann. Und was ja wirklich auch großartig ist, er zeigt das ja auch ein paar Mal, aber selbst dann bleibt er kontrolliert. Selbst dann erfasst er die Gesamtlage und wägt ab, was ist jetzt wirklich clever, was ist wirklich effektiv gerade. Und das hatte eine Art von Spannung, die ich lange nicht mehr hatte. Also ich habe den Film, also das kann ich ja sagen, wirklich vor ungefähr 15 Minuten erst beendet, aber ich dachte mir so, ich war wirklich traurig, dass der nur auf Netflix läuft, weil der wird da, glaube ich, echt untergehen, eben weil er die Erwartungen unterwandert. Aber das ist ein so wirklich gekonnter und konsequent durchdachter Action-Thriller, ohne wirklich viel Action zu haben. Also ich fand den, ja ich sage es, ich habe so dieses Gefühl, dass ich den bewundernswert fand, diesen Film. Wie war es da bei dir? Das kann ich total nachvollziehen. Ich finde den Fincher-Vergleich ganz spannend, weil ich finde, man kann den in dem Punkt auch ein bisschen mit The Killer von David Fincher vergleichen, weil das ja auch ein Film ist, der dieses ganze Auftragskiller-Genre, also ich würde sagen, auf eine sehr konsequente Weise parodiert, weil am Ende halt rauskommt, Michael Fassbinder ist halt eigentlich, der ist nicht so der coole Macker, wie man eigentlich denkt und da läuft da so die Erwartungen hier, also er ist schon hier der coole Macker, das muss man schon sagen, aber wie du sagst, wenn er eingreift, wenn er angreift, wenn er agiert, macht er das super kontrolliert und der Film macht das nicht so, dass es so, also wie wir es aus dem Action-Genre kennen, dass es jetzt die ultra krassen, coolen Szenen gibt. Wir sehen zwar solche im Trailer, aber meistens geht es hier eher, würde ich sagen, um einfach sehr effiziente Kampftechniken, die nicht unbedingt cool aussehen. Also ich finde, wenn er das erste Mal agiert, dann merkt man schon, okay, er hat's drauf, aber das ist nicht so inszeniert, was wir denken, okay, es ist der krasseste Typ, der alle wegbattelt, er könnte alle wegbatteln, aber es geht halt einfach nur darum, erst mal die Kontrolle zu behalten. Ja, total. Das ist so eine Art von Coolness irgendwie, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und da komme ich halt wieder auch auf Aaron Pierre zurück und ich denke mir halt, Alter, wo warst du, Aliabe? Wir brauchen dich. Er sollte ja auch ursprünglich mal eine Nebenrolle im Blade-Reboot übernehmen, ist dann da aber abgesprungen, weil der Film nicht zustande gekommen ist. Ich muss sagen, gut, weil es gibt diesen Mann Hauptrollen. Wir haben ja aber nicht nur Aaron Pierre im Cast, wir haben ja auch noch zwei oder drei bekannte Gesichter, da hätten wir einmal Don Johnson. Ich würde sagen, das ist so eine Art von, ist es der Oberbösewicht? Aber ja, wobei, selbst für so einen Oberbösewicht agiert er eben auch noch in Anführungszeichen realistisch. Also was ich schon sagte, der ganze Film ist sehr bodenständig und das merkst du auch, finde ich, wie sich die Schurken verhalten. Also auch Don Johnson, der ist nicht so dieser Evil Genius, der da irgendwie a la Dr. Evil rumlacht, sondern auch der agiert, soweit es ihm möglich ist, wirklich überlegt. Das auch das fand ich, das passte auch ganz gut. Wie hat dir denn Don Johnson gefallen? Ja, der hat mir sehr gut gefallen und gerade auch im Zusammenspiel mit Aaron Pierre, wenn die zusammen agieren, dann ist das wirklich so ein, ja, psychoduell ist falsch, aber so ein, also die haben so eine Energie miteinander, wie sie sich so belauern und beide wissen, das sind beides intelligente Personen, die haben beide Fähigkeiten, die haben beide Ressourcen und versuchen sich irgendwie auszutaktieren, das ist super gut und wie du sagst, man macht aus dem Sheriff, den Don Johnson da spielt, keinen so, ja, Comic-Bösewicht, sondern, also, der ist halt ein korrupter Cop, er ist auch, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber diskutieren, inwiefern hier vielleicht Rassismus thematisiert wird, aber der ist halt auch schon ein super berechnender Typ, also, das ist ganz spannend, was für eine Figur er ist, ich finde, das gilt für viele Figuren, ohne, dass hier wirklich viel erzählt wird über die Figuren, also, auch über Terry, den Protagonisten, erfahren wir eigentlich fast nichts, aber der Film zeigt uns, was für ein Mensch er ist und das ist auch sehr gut. Ja, also, ich fand auch so toll, ich meine, der Film geht 130 Minuten, ich dachte mir am Anfang so, oh, nee, schon wieder so ein Netflix-Film, der warum auch immer über zwei Stunden sein muss, aber ich würde, ich würde Rebel Rich niemals sagen, vorwerfen, dass er kurz ist oder kurzweilig, aber ich würde ihm niemals vorwerfen, dass er langatmig ist. Er hat diese Länge, er nutzt sie auch und ich finde, rückblickend, es gibt jetzt für mich, auf die Stelle überlegt, keine Szene, wo ich das Gefühl habe, die hat keine Sinnhaftigkeit in diesem Film. Das passt alles wirklich sehr gut zusammen. Jede Szene erzählt hier irgendwas über die Figur oder auch über andere Kleinigkeiten. Ich sage nur Kuckuckswasser. und das hat mir wirklich gefallen. Das war so eine, also Oldschool erzählen, möchte ich es fast schon sagen, wie ich es halt schon lange nicht mehr gesehen habe. So eine ganz konzentrierter Art des Erzählens. Du hast diese Geschichte, du hast diese Figuren und darauf konzentrierst du dich. Du hast natürlich, wie du schon angemerkt hast, durchaus auch die Möglichkeiten, da was rein zu interpretieren und gerade das mit dem Rassismus, finde ich, sehe ich auch, da können wir gerne gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber im Grunde ist das ein total konzentrierter Film. Und das fand ich, ich nehme das Wort wieder in den Mund, bewundernswert. Voll. Ich war am Anfang nicht sicher, wie das ist mit diesem, hier weiß ich nicht. Es ist kein Subplot, weil es gibt hier keine Subplots. Das ist alles nur ein konzentrierter Plot. Aber mit der Figur Summer McBride, das ist eine, ich weiß gar nicht, sie arbeitet fürs Gericht, ich weiß gar nicht, ist sie Anwältin? Nee, eine Gerichtsmitarbeiterin, würde ich sagen. Juristische Fachangestellte oder so, würde es, glaube ich, in Deutschland heißen, ja. Genau. Und man merkt relativ schnell, okay, sie ist quasi, sie ist die gute Seele hier im Dorf, die nicht mit den Korrupten zusammenarbeitet, wird gespielt von Anna-Sophia-Rob. Und ich dachte, okay, vielleicht geht es noch ein bisschen Richtung Demsel in Distress und irgendwie sie ist halt die Aufrechte, so wie man es aus ganz vielen Filmen kennt. Und irgendwie ist sie das auch, aber auch nicht. Weil das, was mit ihr gerade in der zweiten Hälfte gemacht wird, ist auch super. Also auch da wieder, das ist total auf den Punkt, ich bin da ganz bei dir, diese zwei Stunden ohne Abspann, die sind sehr fokussiert. Und das ist sehr schön, dass alles irgendwie genutzt wird. Also es gibt immer, der Payoff ist falsch, weil der wird ja bewusst unterlaufen, aber es wird alles, alles, was aufgebaut wird, wird auch wieder aufgenommen und dann zu einem schlüssigen Ende geführt. Ja, und auch das Ende ist einfach toll. Also wir möchten hier nicht spoilern, aber jeder andere Film hätte diesen Film bestimmt noch zehn Minuten weiterlaufen lassen. Aber er endet einfach. Und zwar, wie ich finde, an einer richtig guten Stelle, wo ich jetzt gefühlt habe, okay, wir haben jetzt alles erzählt. Es ist alles gesagt, es ist alles getan und jetzt ist Schluss. Das hat mir auch sehr imponiert, muss ich sagen. Voll. So viele Filme machen das falsch. Also nehmen wir x-beliebigen Film, der, nachdem die eigentliche Handlung schon abgeschlossen ist, nochmal einen 10-Minuten-Epilog anfühlt, wo wir jetzt sehen, dass die Figuren irgendwie gesettelt sind, dass alles schön geworden ist. Das ist völliger Bullshit, das brauche ich nicht. Ich möchte einen knackigen Endpunkt, wo man genau weiß, jetzt ist alles so, wie es sein soll und die Probleme sind gelöst oder sie sind eben nicht gelöst. Das kann ja auch der Fall sein, sagt dem Motto, jetzt geht die Welt unter, alles ist furchtbar. Cabin in the Woods zum Beispiel. Und auch dieser Film endet, wie du sagst, das perfekte Ende. Ja. Ich habe gerade eben noch gesagt, es gibt bekannte Gesichter, du hast jetzt schon die Anna Sophie Robb genannt, die, glaube ich, einige noch aus Charlie und Schokoladenfabrik kennen könnten, aber sie halt ganz, ganz jung. Sie war auch in diese Brücke von Therapeutia oder so ähnlich. Das war so ein Jugendfilm, da war ich aber schon zu alt für. Und sie hat, glaube ich, in so einem Sex in the City-Spin-Off mitgespielt. Und ich habe die halt so als als junges Mädel abgespeichert und hatte, das gebe ich zu, am Anfang auch durchaus Probleme, sie ein bisschen ernst zu nehmen, weil sie immer noch so eine Teenager-Ausstrahlung hat, auch wenn sie jetzt kürzere Haare hat. Aber ich muss auch sagen, dass sie sich da wirklich freikämpft drauf. Also ich fand sie auch dann hinterher ganz toll. Und ich fand auch mal wieder schön, James Cromwell, Farmer Hockett aus dem Babe-Film, mal wieder zu sehen, der hier als Richter auftritt. Das war auch mal wieder schön. Ansonsten kann ich sagen, der Cast ist wirklich gut. Die Cops sind teilweise wirkliche Arschlöcher, dass ich dann auch immer so gesagt habe, und jetzt hau ich ihm so richtig in die Frage. Aber wie gesagt, es passiert zwar dann manchmal, aber es ist dann nie so in der Art ausufernd, dass ich das Gefühl habe, okay, er hat bekommen, was er verdient. Also da kommt wieder dieses Kontrollierte rein. Und ich finde es halt irgendwie gerade krass, weil ich das Gefühl habe, in letzter Zeit trollen mich wirklich viele Filme. Aber ich finde es auch jedes Mal immer wieder ziemlich geil. Ja, voll. Du hast die Cops angesprochen. Das sind halt alles typische korrupte Cops vom Land mit durchaus, würde ich sagen, mindestens rassistischen Tendenzen. Die werden aber nie zur Karikatur. Auch da merkt man halt, Jeremy Sionnier hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Der ist halt viel zu schlau, um irgendwie solche einfachen Antworten da irgendwie zu liefern. Und das ist so schön. Und auch eine James Cromwell zu sehen, ist halt einfach toll und ist halt eine kleine Rolle, aber ist immer wunderbar. Lass uns mal bitte über den Rassismus sprechen, den wir ja schon erwähnt haben. Denn ich fand schon, dass der Film Rassismus anspricht. Nicht durch die Blume, sondern auch relativ direkt. Aber es jetzt nicht zu seinem Hauptfokus macht. Denn es gibt ja schon, wie ich finde, ein paar Momente, wo man deutlich sieht, dass Don Johnson und seine Männer ein bisschen auch herabgucken auf Menschen oder People of Color. Es gibt ja auch so eine Polizistin, die auch von ihnen jetzt nicht, unterdrückt wird sie nicht, aber man merkt schon so, dass sie eher so die zweite Geige spielt. Also die Männer dürfen dann ihren schicken, was sind das, Polizeijubs fahren und sie darf so eine alte Schrottkarre dann fahren. Das sind so Kleinigkeiten. Und das fand ich eigentlich einen ganz interessanten Ansatz, der hier verfolgt wird, weil er ja schon Rassismus aufzeigt, aber er, wie soll ich sagen, er schmiert es dir nicht so dick aufs Brot oder siehst du was anders? Ja, es ist halt ein Thema, was omnipräsent ist, aber es wird halt nicht so platt angesprochen, wie es irgendwie gerade bei Themen wie Rassismus, Sexismus etc. Pippi, ja würde ich sagen, bei schlechteren Beispielen ist die dann irgendwie so, also die ist dann halt wirklich aussprechend und denkt so, das hätte jetzt nicht sein müssen, das sollte man vielleicht auch vom Publikum, also man sollte das Publikum nicht für blöd halten und das macht dieser Film nicht, weil natürlich allein dadurch, dass wir die Besetzung von Aaron Peer, einem schwarzen Schauspieler haben, ist dieses Thema gerade, weil auch der Film so krass einsteigt. Wir haben halt, er fährt auf dem Fahrrad, dann wird er von den Cops angefahren und dann haben wir halt wirklich diese fiese, herablassende Polizeikontrolle und also da schwingt das halt die ganze Zeit mit, gerade natürlich auch, wenn man im Hinterkopf hat, was für eine Situation wir in den USA haben. Und das ist halt einfach super gut, wie das finde ich eingebaut wird, weil es halt immer da ist, aber nicht dieses, ey, du fieser, rassistischer Kopf, halt dein Maul oder keine Ahnung, wenn es, es gab doch hier bei X-Men, wo Jennifer Lawrence Figur einmal sagt, die Frauen machen alles, Charles. Wo ich denke, Leute, ey, ich erwarte ein Drehbuch, das auch irgendwie das Publikum ernst nimmt und das macht dieser Film. Ja, total. Und also, vor allem am Ende, wenn man halt weiß, was in dieser Stadt eigentlich so passiert, macht der Anfang ja auch wieder Sinn. Dann versteht man das ja auch, denn, das kann man ja erzählen, er wird hier angehalten, also er fährt mit dem Fahrrad und hat, du hast es schon gesagt, diese Power-Metal-Mucke ganz laut auf Kopfhörern und sieht und hört halt nicht, dass er den Polizeiwagen die ganze Zeit rumfährt und dann rammen sie ihn halt so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen schon ordentlich. Aber das macht ja am Ende auch, wie gesagt, alles Sinn, warum die das machen und warum die sich so verhalten. Da haben wir halt wieder diese Konzentration, die dieser Film hat. Und der macht nicht den Fehler, das irgendwie auf Individuen abzustellen, weil das ist ja auch häufig ein Problem, was auch nur, wenn irgendwie Kapitalismus kritisiert wird, oh, es ist der böse Unternehmer. Nee, das sind ja systemische Probleme und das zeigt der Film am Ende unglaublich gut auf, dass das nicht irgendwie an einzelnen rassistischen Individuen der Grund ist, sondern ein großes System, wo halt Leute agieren auf unterschiedliche Art und Weise. Auch die Figur von Anna-Sophia-Rob, die Gerichtsmitarbeiterin, die ist in einer super Zwangslage, weil sie braucht halt auch ihren Job, weil wenn du keinen Job hast, hast du keine Kohle, kannst dich nicht ernähren, kannst deine Familie nicht ernähren. Genau. Da muss man halt auch noch sagen, sie hat auch noch so eine Geschichte mit ihrem Kind. Das ist relativ klassisch. Das hätte ich vielleicht nicht gebraucht, das wird aber auch nicht so sehr in den Mittelpunkt gedrängt und auch das macht letztlich eigentlich alles Sinn. Deswegen, ja, es ist ein bisschen arg verbraucht, ich nenne es mal eher Story, aber das funktioniert relativ gut. Es gibt einen Faktor in dem Film, den ich aber wirklich überraschend fand und wir haben ja schon, und du hast es, glaube ich, zu Beginn unseres Gesprächs schon erwähnt, dass der Regisseur ja auch wirklich für eine gewisse Härte bekannt ist. Zum Beispiel bei Wolfsnächte, wenn dann das MG zum Beispiel spricht oder bei Green Room, wenn dann wirklich die, ja, die Gewaltspirale immer weit nach oben gedreht wird und es wird wirklich unangenehm, Blue Ruin, wirklich, also der kann Gewalt inszenieren, nicht inszenieren von wegen, oh, schau mal her, wie geil dein Kopf schuss, sondern dass es wirklich unangenehm ist, dass du selbst, sag ich mal, Schmerzen findest, weil es einfach so, so widerlich, so unangenehm ist, so, es schnürt dir alles zu. Und ich war dann doch sehr überrascht, dass Rebel Rich, gemessen an seinen Vorgängerfilmen, relativ zahm ist. Du hast natürlich so ein paar Gewaltspitzen, aber das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist was besonders richtig krasses. Und jetzt kommt's, fand ich toll. Ich fand den, wie der Film mit Gewalt umgeht, wirklich richtig toll, weil es halt eben wiederum gepasst hat zu dieser konzentrierten Erzählweise und vor allem auch, wie die Hauptfigur agiert. Wie hast du die Gewalt in Rebel Rich wahrgenommen? Einerseits, genau wie du sagst, der ist deutlich zahmer, vielleicht erstmal bei der, bei der grafischen Gewalt, wie es man's erwartet. Andererseits ist der trotzdem ziemlich garstig zu seinen Figuren, wenn es dann rangeht und auch dann halt dementsprechend zu uns als Publikum, weil dadurch hat das schon mal nochmal eine krasse andere Wirkung gehabt, finde ich, als wenn wir halt, keine Ahnung, so ein Splatterfest haben, da kann man das ja eh alles nicht ernst nehmen. Hier kann man die Gewalt, also hier nimmt man die zwangsläufig ernst, weil man weiß, wenn was passiert, also dann hat das eine Konsequenz und das ist halt da einfach ein sehr konsequenter Film und auch ein kompromissloser Film und das ist super. Total. Und was er auch hat, er schafft es halt, die Hauptfigur immer so ein bisschen ja cleverer darzustellen als die anderen, aber nicht so extrem überhöht. Also zum Beispiel, es gibt einen Moment, in dem er diese von uns eben schon angesprochene schwarze Polizistin quasi dazu benutzt, um einer Situation zu entkommen und das fand ich total clever, aber trotz allem hatte ich nie das Gefühl, dass er jetzt komplett der Supermacker ist, der wirklich alles schafft. All das, was er macht, hat halt Hand und Fuß und das Schöne ist, dass der Film ihn aber auch mal scheitern lässt und das finde ich auch toll. Es ist jetzt kein Film, wo der Held am Ende zerschossen und zerschutten dasteht und mit letzter Kraft den letzten Bösewicht wegballert, das ist es jetzt nicht, aber dieser Terry, der scheitert halt auch mal, weil seine Pläne nicht aufgehen oder weil irgendwas schiefläuft und das sorgt auch noch mal für so eine Art Grundanspannung, die der Film einfach hat. Das hat mir auch wirklich ganz, ganz toll gefallen. Ja, er ist halt kein, er ist halt kein, also er ist natürlich der Held des Films, aber er ist kein Held in dem Sinne, dass er halt alles kann, alles kontrolliert, also ich bin bei dir, der ist super intelligent, der ist super strategisch, der plant ganz viel und das ist super schön zu sehen, auch wenn das aufgeht, aber trotzdem hat der Film die Bedrohungslage, dass man sich nicht immer sicher ist, hat er wirklich alles unter Kontrolle und die Bedrohung wird ja auch immer stärker, also auch da, dadurch, dass die Bösen halt auch nicht dumm agieren, funktioniert das unglaublich gut, also er ist halt schon irgendwie eine übergroße Figur, aber er ist nicht der, wo ich denke, der ist unantastbar. Ja, vielleicht wäre ein guter Alternativtitel auch gewesen, realistischer Reacher. Ja, ja. Ja, denkst mal drüber nach, Netflix, ich will jetzt keine Fortsetzung, ich glaube auch nicht, dass der Film, glaubst du, dass der Film bei Netflix Erfolgschancen hat, weil, sei mir ehrlich, er hat jetzt keinen wirklich richtig großen Star, mit dem man werben kann, sowas wie jetzt hier dieser The Union oder so, mit diesen, Marc Warburg war das, ne, Marc Warburg und, äh, Hedwig, Hedwig, genau. Also, pass auf, wir müssen, glaube ich, man hört sich raus, wie dieser Film, ich möchte ihn jetzt nicht mit The Union vergleichen, weil das einfach zwei grundverschiedene Filme sind, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, zwischen beiden Filmen, würde ich ganz klar Rebel Rich nochmal gucken. Ich glaube aber, dass der nicht so viele Chancen hat, dass der irgendwie in einer Woche irgendwie dann in der Top 10 ist und dann der meistgestreamte Netflix-Film in den letzten drei Monate oder so, du kennst ja diese Rekorde, die immer kommen, das finde ich schade oder glaubst du vielleicht, dass wir ein Wunder erleben und Rebel Rich vielleicht wirklich bei Netflix zu einem Erfolg wird? Ach, wir könnten ja vielleicht jetzt das Meta-Argument ziehen, also wir haben es jetzt, das ist jetzt der dritte Netflix-Film, den wir besprechen, nach Trigger Warning und The Union ist das jetzt Rebel Rich, sowohl Trigger Warning als auch The Union waren super erfolgreich in den Netflix-Charts, jetzt muss Rebel Rich einfach super erfolgreich werden, auch wenn ich bei dir bin, da sind jetzt vielleicht die Chancen nicht so groß, allerdings ist auch, und das sieht man sowohl bei Amazon als auch bei Netflix, dass immer wieder auch so kleine Thriller, sowohl neue als auch alte, immer mal wieder krass hoch in den Charts sind, also das ist halt der Vorteil von Streaming-Dienst, dass die Hürde nicht so groß, also ich kann das verstehen, dass du den gerne im Kino gesehen hättest, aber der wäre im Kino heilos untergegangen. Das ist schon gut, dass der auf Netflix gestartet ist, weil so gucken den vielleicht auch Leute, die dafür niemals ins Kino gegangen wären. Ja, ich glaube halt nur, dass der Film auch das Problem hat, wie er beworben worden ist, wie so ein Trailer, der wirklich verspricht, so eine Art Rambo Reacher und das ist es halt einfach nicht, weil ich kann jeden verstehen, der jetzt gedacht hat, oh cool, ich gucke mir jetzt so ein Actionfest an, wo einer aufräumt mit korrupten Cops und das passiert ja auch, aber es passiert halt ganz anders und da kann ich jeden verstehen, der dann eher enttäuscht ist. Auf der anderen Seite, naja, wenn du halt Trigger Warning geil fandest und dann dafür Rebel Ridge nicht gut findest, dann passt es auch irgendwie. Und ich meine, man muss ja auch sagen, Rambo 1 ist ja auch kein Actionfest. Das stimmt. Das ist ja also, natürlich hat sich die Reihe dann anders entwickelt. Ja, ja, ein bisschen. Rambo 4 und 5 sind ja absurde Gewaltorgien. Ja, ich habe ja mal kurz erzählt, ich habe mal die Rambo-Reihe und die Stopp-Langsame-Reihe rückwärts geguckt und das war in beiden Fällen total interessant, weil du hast gesehen, wie aus Actionhelden Menschen wurden. Das war echt spannend. Ja, ja. Und das hier ist halt auch, es ist ein Mensch, ja. Ja. Mein menschliches Ich sagt mir gerade, ich glaube, wir haben über alles gesprochen, was wir, oder was ich zumindest auf dem Zettel habe. Ich weiß nicht, es steht auf deinem Zettel noch irgendwas drauf, was du über Rebel Ridge loswerden möchtest. Nö. Also das Fazit. Das Fazit natürlich, das Fazit. Und ich sage ehrlich, wir beide wussten nicht, wie wir den Film fanden vorher, weil wir ihn beide, wie gesagt, auch erst kurz vor Schluss, kurz vor Aufnahme beendet haben. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass du jetzt sagst, dass er dir nicht gefallen hat. Aber, mein lieber Johannes, ich habe das Gefühl, dass unsere Fazit sich vielleicht doch ein bisschen ähneln werden. Ich bin gespannt. Deswegen fang du mal an mit deinem Fazit. Ja, Rebel Ridge ist ein richtig guter, geerdeter Thriller mit so einem politischen Subtext. Ich glaube, ich hatte auch, bevor wir, wir haben dazu irgendwie geschrieben oder was gesagt, so ein bisschen, ich hatte so ein bisschen Action-Thriller mit A24-Vibes. Ich finde, das passt das Ganze. Also ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn das jetzt von A24 oder auch von Neon, also diese beiden hippen Indie-Labels in den USA produziert worden wären. Das ist halt richtig gut. Das ist auf jeden Fall, ich habe, ich gucke immer, ich bin völlig überrascht, wie viele Netflix-Filme ich aus diesem Jahrgang schon geguckt habe. Viel zu viele. Das hier ist auf jeden Fall das Highlight. Der ist, der ist richtig gut. Der ist vielleicht auf einen Punkt so, als Action-Fan ist das schon irgendwie ein unbefriedigender Film. Also das darf man nicht erwarten. Aber wenn man das akzeptiert, bekommt man richtig, richtig gutes Genre-Kino und ich freue mich schon, den, also den möchte ich auch ein zweites Mal gucken, um einfach nochmal mit dem Wissen, was da alles drin ist, das glaube ich einfach nochmal zu erfassen. Weil ich glaube schon, dass der tiefer ist, als es vielleicht auf den ersten, also ich finde, das wirkt jetzt schon, dass es ein tiefer Film ist. Aber ich glaube, da steckt noch mehr drin. Ja, glaube ich auch. Also der Film ist, mein Geschmack, ein, ein, wie sag's, ein Brett. Doch. Also ich hätte nicht gedacht, dass der mir so gut gefällt. Der ist super konzentriert. Der ist wirklich toll, auch inszeniert. Die Hauptrolle, Aaron Pierre, famos. Der Mann hat eine Ausstrahlung. Also ich habe dem zwei Stunden lang blind gefolgt und wenn es nochmal zwei Stunden mehr gewesen wäre, hätte ich das auch getan. Es ist für mich, auch für mich, von den Netflix-Eigenproduktionen, das ist eines der größten Highlights des Jahres bislang. Ganz, ganz toller Film, wirklich. Und tut mir bitte einen Gefallen. Wenn euch der nicht gefällt, macht, was ihr wollt. Ich kann das verstehen. Aber bitte verzichtet auf Letterboxd mit irgendwelchen lustigen Wortspielen, weil der Film zufälligerweise der erste Teil des Titels erinnert halt an einen anderen Netflix-Film von einem gewissen Regisseur, der sehr viel auf Zeitlupe steht und auf Directors Cuts. Bitte beide nicht vergleichen. Bitte, tut mir den Gefallen. Bitte. Das hat Rebel Rich nicht verdient. Gut. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Teleschoptisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir einen eigenen Podcast, wollte ich schon sagen. Haben wir natürlich. Haben wir auch. Haben wir auch. Ihr hört ihn ja gerade. Wir haben aber auch eine eigene Webseite. tele-stammtisch.de Außerdem haben wir einen Discord-Community-Server. tele-stammtisch.discord Da könnt ihr mit uns schnacken, mit anderen Leuten, mit den Redaktionsmitgliedern. Könnt ihr Feedback geben, könnt ihr Vorschläge machen, könnt ihr diskutieren, unter anderem über Rebel Rich oder über, ja, was läuft gerade in den Rings of Power? Das ist doch gerade diese Herr der Ringe-Serie, die läuft, ne? Ja. Oder? Ja. Ich bin da raus. Aber wenn ihr euch interessiert, wir haben Leute in der Redaktion, die werden mit euch garantiert, locker, flockig, sechseinhalb Tage lang über Tom Bomber, die hier reden, oder wie der Schnösel heißt. Mir ist das alles egal. Ich bin einfach nur froh, dass der Johannes Rebel Rich mochte und noch froher bin ich, dass ich Rebel Rich mochte. Und ich hoffe sehr, vielen Dank fürs Zuhören und Johannes, dir gebührt das letzte Wort. Vielen Dank an dich, vielen Dank fürs Zuhören und Netflix-Verantwortliche, wenn ihr zuhörtet, gebt Jeremy Solnier wieder einfach Geld, lasst ihn machen, was er möchte, es kommt wieder garantiert ein geiler Film raus. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.